Servus, mein Name ist Sascha Gabriel, ich bin der Ortsteuerleiter von der Ortsteuer Saalfalln. Wir sind eigentlich für das Fließwasser zuständig, für die Seerettungen, für die Personenrettungen, für Fahrzeugbergungen, Tierrettungen, alles was Wasser umbelangt. Unser Ortseinsatzgebiet geht von Saalfelden bis nach Hintertal, bis Brug, bis zur deutschen Grenze und zur Tiroler Grenze. Wir haben jetzt zur Zeit zehn Jugendmitglieder bei uns in Saalfalln, die im Mai dieses Jahres gegründet worden ist. Wir sind sehr stolz, sie sind sehr motivierte Kinder. Herzlich willkommen, ich bin der Hof Andreas, ich bin der Ortsteuerleiter Stellvertreter bei der Wasserräte in Saalfalln. Im Ganzen hat Gabriel auch schon gesagt, was wir mit dem Video bezwecken wollen, dass die Leute sehen, was wir richtig aussehen. Ich möchte mich bei dem hier schon gleich einmal bedanken, bei unseren aktiven Mitgliedern, die sehr fleißig sind, allweil Zeitraum für das. Ich möchte mich auch bedanken beim Vogel Ruhr Dominik, das ist unser Jugendbetreuer, der hat das alles gegründet und baut das auf und auf das möchten wir richtig, richtig stolz sein. Ich zum Schluss möchte mich auch noch einmal bei jedem Einzelnen, der bei uns dabei ist bedanken. Für die Arbeite, was ehrenamtlich, alles ehrenamtlich geleistet wird. Es ist alles selbstverständlich. Unsere Einsätze sind teilweise sehr belastend. Und da müssen wir einfach zusammenhalten. Und ich bin froh, dass wir eine richtig gute Mannschaft haben. Und eine richtig feine Mannschaft. Noch einmal kurz dazu. Ich bin stolz auf unsere Kameradschaft. Das passt gut. Wir kennen uns alle. Richtig bei den Sachen einfach zusammenreden, dass das passt. Danke. Das passt gut. Wir kennen uns alle. Richtig bei den Sachen einfach zusammenreden. Und wo soll der Klein gehen, geht es mit uns in Wasser rein.